Hallo YouTube, heute möchte ich ein bisschen über ein neues Objektiv sprechen, was ich in den letzten Tagen lieben gelernt habe. Das Viltrox AF 23mm 1.4 für die Sony E-Mounts. Es gibt schon einige Reviews dazu auf YouTube und ich möchte einmal darlegen, warum ich es jetzt speziell so gut finde. Einmal von der Handhabung, das Objektiv ist aus Aluminium gefertigt und selbst, anders als bei Sony selber, ist die Gegenlichtblende auch aus Metall. Und wenn man sich die Größen einmal anschaut, im Vergleich zu dem KIT Objektiv oder im Vergleich zu dem Sony 35mm, macht es schon einiges her. Der Verschluss lässt keine Kritik zu. Das leichte Spiel, was es gibt, ist selbst bei den Sony eigenen Objektiven vorhanden. An dem Blendenring kann man stufenlos zwischen 16 und dem 1,4 hin und her drehen. Um in den Automatikmodus zu kommen, kann man ganz leichten Widerstand spüren. Es rastet hier jedoch nicht fest, sondern man kommt auch wieder raus. Dadurch, dass es sich um ein Autofokus-Objektiv handelt, wird dieses auch voll von der Kamera erkannt und in den Bilddateien werden die Objektivinformationen gespeichert. Leider hat Lightroom und andere Programme bisher noch keine Presets dafür. Und die Presets, die man bei Wildrocks auf der Homepage herunterladen kann, ich habe es nicht zum Laufen bekommen. Warum aber 23mm 1,4? Ja, wenn man auf 1,4 dreht, gibt es Randabschattungen, Unschärfe in den äußeren Bereichen und ähnliches. In der Mitte ist es knackig scharf. Aber der kurze Fokus-Abstand, den es dann nur gibt, oder der kurze Fokusbereich, macht es da nicht wirklich nutzbar. Ich stelle es lieber auf 4, hart am Ring ein oder über die Einstellungen in der Kamera und habe so die Möglichkeit, auf kürzester Distanz im Wohnzimmer eine schnelle Verschlusszeit hinzubekommen und meine Kinder gestochen scharf zu bekommen. Der Autofokus ist vergleichbar schnell mit den anderen Sony-Objektiven und auch der Augen-Autofokus funktioniert einwandfrei. Aber es ist genau die richtige Brennweite, um auf ein, zwei Meter nicht nur den Kopf drauf zu haben, wie mit dem 35mm, was umgerechnet ja ein 50er ist. Sondern die 23mm lassen hier ein bisschen Spielraum zu, was ich später definitiv auch noch zuschneiden lassen kann. Aber auf dem Bereich zwei Meter, drei Meter entfernt vom Kind, was so ein Wohnzimmer halt zulässt, es sollte man halt ein relativ großes Zimmer und kann sechs, sieben Meter entfernt stehen, dann macht ein Zoom-Objektiv vielleicht mehr Sinn. Aber bei einer Kindergeburtstag in der Nähe zu sein, bei den Kindern zu sein, bei einer helfenden Hand reichen zu können, ist man halt nicht weiter weg. Und dafür ist dieses Objektiv optimal geeignet. Ich zeige jetzt noch ein paar Bilder, nicht in der Vollauflösung, sondern reingezoomt auf einige Detailbereiche. Unter anderem, weil ich nicht möchte, dass man meine Kinder hier auf YouTube sieht. Aber trotzdem möchte ich zeigen, wie scharf dieses Objektiv ist. Natürlich könnte man noch ein anderes Objektiv nehmen, was lichtschwächer ist und dann mit Blitzlicht arbeiten. Oder mit einem Ringlicht, wie ich es hier habe oder auf meinem Kanal auch vorgestellt habe. Aber möchte man wirklich ein totgeblitztes Licht oder auch mit Bouncing-Light, wenn ich es nach hinten geschaltet habe? Auf dem Kindergeburtstag finde ich das sehr störend. Und auch die Kinder gucken dann meistens recht komisch, wenn es irgendwo geblitzt hat. Und der ganze Spielspaß ist dahin. Und am Ende mache ich ja nicht nur ein Foto, was lustig ist, sondern um die Kinder zu fotografieren, schieße ich einfach dauerhaft. Und das wird schon das ein oder andere Gute dabei sein, wo wirklich zwei, drei, vier Kinder in die Kamera gucken. Das ist was anderes, als wenn man auf dem Erwachsenengeburtstag einmal ruft, hallo, alle hergucken, der Fotograf ist da und die ganze Tischreihe guckt her. Habt ihr ähnlich gute Objektive in der Preis-Leistungsklasse wie dieses Wildrocks? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten habe ich das Objektiv natürlich auch mit meinem Affiliate-Link in der Beschreibung verlinkt. Und hoffe, dass wenn es euch auch gefällt, ihr das da rüberkauft. Kostet euch nicht mehr, aber ich bekomme von Amazon da ein paar Prozent davon ab. Und wenn euch das Video meine Meinung gefallen hat, lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Ja. 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 Vielen Dank.